Studierende Ein Studierender ist jemand, der gerade studiert. Wenn derjenige das Studieren unterbricht, um Mittagessen zu gehen, ist er kein Studierender mehr. Ein Studierender ist man nur so lange, man tatsächlich studiert, liest, lernt, in der Vorlesung sitzt und sich im Sinne des Studiums weiterbildet. In jeder Sekunde, da dieser Mensch etwas anderes macht, ist er kein Studierender. Das richtige Wort für Student ist Student. Universitäten, die tatsächlich das Wort Studierende benutzen, wenn sie Studenten meinen, sollten sich schämen und eigentlich den Lehrbetrieb aufgeben. Denn wenn sie die Sprache nicht beherrschen, wie wollen sie den Menschen dann etwas beibringen? Un Herzig Humorrhaut Unser Lieber Untertitelung des ZDF, 2020